So Leute, da bin ich wieder bei Super Mario World. Ich bin die Yoshina und ich habe mir natürlich hier wieder Verstärkung geholt. Im letzten Teil bin ich ja sowas hier von abgekackt bei dem scheiß Donut Secret 2. Ich könnte kotzen mit diesem Eisgeschlitterer. Das ist wirklich mein Hasszeug. Ich war fast dran, hier auch schon Safestate zu benutzen, weil mich das einfach nur noch dervste angekotzt hat. Ihr könnt es gar nicht... Ja, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Doch, vielleicht könnt ihr es, wenn ihr das auch gespielt habt und euch vielleicht hat es euch auch zur Verzweiflung gebracht. Ich weiß es nicht. Mich bringt es zur Verzweiflung, weil ich damit nicht klarkomme mit diesem Gerutsche. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich bin dazu einfach zu schlecht. Und ja, ich hoffe, dass ich da jetzt was machen kann. Yoshi kann ja auf diesen Manchas draufsappen. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil für mich. Ich warte jetzt erst mal ab. Hallo, kommt da was raus? Ah, jetzt hat er... Da hoch oder nicht da hoch? Ach du... Nein, nicht da hoch. Das war doch der Fake. Nee, ohne Yoshi gehe ich nicht. Ohne Yoshi gehe ich nicht. Ich wusste nicht. Ich habe gedacht, der Yoshi bläht sich vielleicht auch mit auf. Ha! Schön wäre es, ne? Yoshi wartet geduldig. Ich denke, ich habe mit Yoshi. Ohne Yoshi. Okay. Oh Gott. Oh Gott, hoffentlich verkacke ich nicht. Oh, ich verkack's. Oh, ich hätte es beinahe verkackt. Ich hätte sowas gerade von beinahe verkackt. Aber... Ist doch schon gleich da keiner rein? Oh Gott, bitte. Ich muss doch dieses Ende auch noch schaffen. Das ist doch nicht mehr so viel, oder? Ah, okay. Das war gut. Das war Skill. Ah, was? Eine Strecke. Ah, ah. Ja, okay. Ah, ah. Nein, nein. Ich will sie alle haben. Hallo? Alle kann ich gar nicht haben. Den kann ich nicht haben, aber auf den kann ich draufsappen, ne? Da ist das Ziel, oder? Ja! Das war eine Geburt, Leute. Aber Yoshi hat mich durch dieses Level gebracht. Er war an meiner Seite. Er hat mich gestärkt. Er hat mir geholfen. Er ist der beste Teamplayer auf Erden. Ja, wirklich, oder? Okay, und wo geht's jetzt da hin? Strange. Sind wir da irgendwo im Arsch der Welt? Sind wir einfach nur da? Okay. Ich geh jetzt zur Star Road. Wuh, 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 wuh. Ich spinne, oder was? Ach du Scheiße, nein. Warum die Star Road? Wuh, wuh. Bam. Richtig ab geht's jetzt. Ach du heilige Scheiße. Was ist jetzt los? Star World 1. Ach so. Ach, ach nee, wollte ich schon sagen. Oh nee. Oh nee. Um was geht's denn hier schon wieder? Muss ich jetzt Yoshi auch noch? Ah. So geht's mit Yoshi. Gut zu wissen. Yoshi-Coin verpasst. Das ist eine komische Star World, oder? Was sagt ihr? Ich mein... Was kann man hier noch finden? Gar nichts mehr, oder was? Okay, wir gehen einfach mit Yoshi immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Da wäre ein Leben rechts auf meiner Seite. Ich weiß ja nicht, wo es hingeht. Da ist ein Stern. Das ist schon mal sehr sozial. Den möchte ich eigentlich schon haben. Und es leckt gewaltig. Da hätte ich fliegen können. Naja, egal. Brauche ich eh nicht. Münzen? Ja, schön. Toll. Es leckt, tut mir leid, Leute. Das kriegt, glaube ich, gerade... Geht gerade irgendwie nicht, aber... So. Ah! 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 Na gut. Einfach raus da aus diesem Affenhaus. Und das war's schon, die Star World. Versuchen wir mal, was Gutes zu bekommen. 16, naja, auch nicht so krickelnd. Muss ich auch mal wieder ein Bonus-Spiel machen, ey. Nur einmal in meinem Leben hab ich eins gemacht und hab voll ab... abgelost. Dö... Ach, verstehe! Ach, nein! Secret Exit, damit ich da weiter kann. So, Leute. Ich bin ehrlich. Ich musste wieder kurz nachschauen. Wo sich hier der Secret Exit befindet. Dann geht mal wieder an Norma Bolsa, ne? Der das gewusst hat. Oder der das weiß eben. Und ich muss mich hier rechts halten. Das hab ich jetzt auch nur abgekupfert, aber... Nein, Yoshi! Oh, Gott sei Dank. Gerade noch. Ist ja gar nicht so schwer. Wenn man's weiß. Wenn man's weiß, ist das ja einfach. Aber wenn man gar keine Ahnung hat. Ich könnte mich hier durch die ganzen Blöcke fressen hier und dann... Hallo? Und... Tada! Keine große Sache, oder? Aber wenn man nicht weiß, ist das eine große Sache. Ach, du heiliger Himmel, Starro. Äh, warum gehe ich weg? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Weil ich auf den Kopf gedrückt hab. Ich möchte... Starbird 2. 1, 2... Geh an der Reihe nach. Genau. Warum denn jetzt schon wieder... Ah! Das will ich haben. Ach, scheiße. Der Yoshi reicht mir davon. Also, ich kann ja einfach durchschwimmen, ne? Warum leckt's? Immer wenn ich den Stern habe, leckt's. Irgendwie hab ich das gesehen. Muss ich gern noch den Yoshi behalten. So, ein Leben hab ich bekommen. Wieso eigentlich immer Wasser wälgen? Auch das noch. Weck keine schlafenden Hunde. Ah! Oh, scheiße! Die Missiegbarkeitsphase. Überwunden. Die, die muss nicht immer... so ganz harmlos. Doch, do, 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 do. Es wäre überhaupt nichts schlimmes an diesen brutalen Mörderfischen hier. Verpisst euch, ihr Säcke. Ja. Die sind sogar böse, wenn sie schlafen. Da unten gibt's bestimmt irgendwo die, ne? Egal. Normaler Ausgang. Das war der normale Ausgang. Scheiße! Ich wollte noch eine Zahl der Beschen. Egal. Normaler Ausgang ist geschafft. Der Secret Exit findet sich bestimmt unten drunter oder so. Keine Ahnung. Da habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Renn uns zurück, du Ochsenkopf. So. Wir probieren die Scheiße noch einmal. Natürlich mit dem Stern. Hallo? Oh, nein, 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 am blauen Yoshi. Das ist nicht euer Ernst. Hallo? Kann ich den nicht anfassen? Äh, Leute. Doch. Boah. Scheiße. Scheiße. Ich muss ihn füttern. Ja, gut. Gut so. Scheiße. Ich habe es versaut, Leute. Ich habe es total versaut. Oh, Mann. Ey, das erste Mal, dass ich einen blauen Yoshi zu Gesicht bekomme. Nicht zu Gesicht bekommen, aber berühre. Anfasse. So, Leute, komm. Mann, du sollst sie fressen. Der Mario macht sie alle kaputt. Okay. Ich mache nur Scheiße. Ich kann das nicht mit dem Füttern. vor allem nicht. Ich kann das schon mit dem Füttern, aber doch nicht im Wasser, wenn er so beschissen schwimmt. Eine Berührung und der ist hin. Ja, einen hat er. Einen hat er. Zwei hat er. Drei hat er. Jetzt geht's. Vier hat er. Dann wächst er dann. Fünf hat er. Fünf. Boah. Das war knapp. Das war knapp. Fünf hat er. Verpisst euch. Verpisst euch einfach. So. Jetzt geht's rum. Jetzt geht's rum. Am blauen Yoshi. Ey, Leute. Ich flippe gerade aus. Ich bin das einfach nur... Natürlich gibt's da nichts. Scheiße. Renn. Renn. Renn in der Lehm. Oh. Scheiße. Er ist entspannt. Ich schwimme da gleich durch ohne Yoshi. Aber ich brauche vielleicht Yoshi. Keine Ahnung. Ich brauche den Drecks Yoshi. Oh, bin ich fies. Ich sage das nicht zu meinem Lieblings Yoshi. Eins. Zwei. Drei. Hopp. Vier. Fünf. Da kann die doch essen. Was mache ich eigentlich für ein Theater die ganze Zeit? Der kann doch die schlafenen Dinger auch fressen. Ja, meine Güte. Ich stelle mich die ganze Zeit an. Ah. Jetzt bin ich im Arsch. Yoshi. Keine Chance. Ich kriege den nicht mehr. Alter, spinnen die oder was? Schaut euch mal die Visagen an. Ja. Kein Kommentar. Leute. Peinlich. Ich hasse es. Ich hasse es, Taro. Den gleichen Abfahrt die ganze Zeit? Ja. Mann, du blöder Fisch. Du blöder. Ich brate dich gleich und schmeiße dich aus dem Fenster, ey. Kann doch nicht sein. Hast du ihn gegrillt? Ist doch mir egal. Kannst du sterben gehen? Nimm ihn in die Hand, Mario. Du blöder Penner. Nimm. Du sollst sie nicht töten. Du sollst sie fressen. Ist ja wieder alles im Arsch gerade, ne? So. Ah. Wie komme ich bei diesen schlafenden Dreckssäcken vorbei? Oben drüber. Ha. Schön wär's. Ach, Manu. Manu. Ihr behinderten Säcke. Ich hasse euch auf den Tod. Ich töte euch. Ich verkaufe euch im Restaurant. Echt? Dann könnt ihr schauen, wo ihr bleibt. Ja, Yoshi ist viel zu schnell für den dünnen Mario. Für den doofen Mario. Ich glaube, ich brauche Yoshi, oder? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gerade nicht, wo es hingeht. Ich brauche gar keinen Yoshi. Oh. Warum mache ich die ganze Zeit... Genau, Mario, so Trottel. Warum mache ich die ganze Zeit hier so ein Mist? So. Das wurde geschafft. Die Nerven liegen blank. Jetzt schon. Leute, das war gerade voll das Theater. Star World 3. Habe ich mich gerade aufgeführt? Oh, nein. Nein. Wieso denn? Was mache ich denn da? Oh. Was muss ich hier machen? Lakitu abwerfen, oder was? Yoshi führt dann gleichzeitig. Geht's noch? Mann, ich will Yoshi nehmen. Gelber Yoshi. Blauer Yoshi hatten wir. Jetzt kommt das Sonnen-Yoshi. Sonnen-Sonschein-Yoshi. Genau, ich nenne ihn jetzt Sunshine-Yoshi. Was bringt mir dieser Abfuck? Was war das bitte? Das war jetzt der normale Ausgang. Und der andere geht dann nach unten, oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Hä? Ist das eine Komplettverarschung? Vielleicht. Ich probiere es aus, ansonsten... Ach, geht ja gar nicht. Hä? Wo geht's denn da überhaupt hin? Da gibt's nur noch einen Abgrund. Haha. Voll der Fake. Okay. Hey.